Ach, ich weiß gar nichts. Was soll das alles? Mann, Alex, du klingst ja fast echt. Warst du das wirklich nicht? Das sag ich doch. Wartet mal. Hat jemand meinen Vater gesehen? Nein. Ach, Entschuldigung. Hab ich ja völlig vergessen. Alex, hier ist ein Brief für dich. Ein Brief? Von wem? Ja, musst du doch wissen. Lag unter dem bemoosten Stein. Wir haben keinen Brief deponiert. Nicht? Komisch. Jedenfalls ist hier ein Brief und da steht dein Name drauf. Alexander von Falkenstein. Zeigen Sie mal. Nein. Was ist da, Alex? Was steht da? Wir haben deinen Vater. Lösegeld? 250.000 Euro bar in einer Plastiktüte. Heute, 18 Uhr, an den Totenast der dritten Buche, links von der Kreuzung, nach Falkenstein hängen. Komm allein und bleibe nicht in der Nähe. Zehn Minuten nach Gelderhalt ist der Graf frei. Keine Polizei. Keine Polizei. Keine Polizei. Keine Polizei. Keine Polizei.